Die Elsbeere ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Mehlbeeren in der Subtribus Kernobstgewächse innerhalb der Familie der Rosengewächse. Beschreibung Die Elsbeere ist ein sommergrüner Laubbaum, der wuchshöhen von 15 bis 25 Metern, im Wald manchmal über 30 Meter erreicht. Die Borke ist bei älteren Bäumen häufig aschgrau und kleinschuppig. Man kann die Borke der Elsbeere leicht mit einer Eichenrinde verwechseln. Die wechselständig an den Zweigen angeordneten Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert. Die Blattspreite ist bei einer Länge von 2 bis 7 Zentimetern im Umriss breit bis eiförmig. Der Blattrand ist spitz gelappt und leicht gesägt, die Anzahl der Lappen beträgt 3 bis 5. Die Herbstverbung der Laubblätter ist weinrot. Die Blütezeit liegt zwischen Mai und Juli. Die Blüten sind weiß und bilden aufrechte, lockere Doldenrispen. Die Früchte sind bei einer Größe von etwa 1,5 Zentimetern verkehrt eiförmig bis rundlich, erst olivgrün, später dann braun mit hellen Punkten. Ökologie Bei der Elsbeere handelt es sich um einen Mesomuffen, Skleromuffen, Nanofanerophyten oder Phanerophyten. Eine vegetative Vermehrung erfolgt durch Wurzelsprosse. Sie ist ein Tiefwurzler. Manche Elsbeeren-Exemplare werden bis zu 100 Jahre alt, in seltenen Fällen werden sie auch älter. Die Früchte erfahren eine Verdauungs- und Bearbeitungsausbreitung. Die Fruchtreife beginnt ab Oktober. Die Elsbeere ist eine Raupenfutterpflanze für die Pfeiläule, die Trapezäule, den Rotbuchengürtel-Puppenspanner und den gelben Weißdorn-Spanner. Vorkommen Das Hauptverbreitungsgebiet liegt in Mittel- und Südeuropa. Weitere Vorkommen sind in Asien und vereinzelt in Nordafrika anzutreffen. Das nördlichste Verbreitungsgebiet in Europa findet man in Dänemark. Die Elsbeere gehört wie auch der Speierling zum mittel- bis südeuropäischen Florenraum. Die Elsbeere wächst meist an wärmeren Lagen, südlich exponierten Hängen und Kreten. Sie wird als Halblichtbaumatt bezeichnet und verträgt in ihrer Jugend eine Beschattung recht gut. Seit einigen Jahren wird die Elsbeere wieder verstärkt angepflanzt, auch in Norddeutschland und im südlichen Skandinavien. In Deutschland findet man Elsbeerbestände in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, im südöstlichen Mecklenburg-Vorpommern, im südwestlichen und südöstlichen Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Allerdings dominiert die Elsbeere in keiner Waldgesellschaft, sie tritt einzeln oder in Gruppen auf. Die höchste bekannte Elsbeere der Welt mit 35 Metern Höhe steht am Hengstberg östlich Großlengen in Südniedersachsen. Im Auftrag der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung wurden im Rahmen des Projekts Erfassung und Dokumentation genetischer Ressourcen Seltener Baumarten in Deutschland in den Jahren von 2010 bis 2013 die Vorkommen von 10 seltenen heimischen Baumarten in den deutschen Wäldern ermittelt. Von der Elsbeere wurden 80.000 Individuen erfasst, vor allem in Südwest- und Mitteldeutschland. Rund die Hälfte der deutschen Elsbeeren wachsen in Franken. Solitärbäume außerhalb des Waldes sind in Deutschland, im Gegensatz etwa zu Österreich, sehr selten. Es sind nur rund ein Dutzend solcher Feldelsbeeren bekannt. Darunter diejenige bei Weißenkirchen in Oberbayern und die Elsbeere am Ortsrand von Ripsdorf bei Blankenheim in der Eifel. Ebenso das Exemplar innerhalb einer unter Naturschutz stehenden Baumgruppe in Marinerode. In Österreich gibt es einige sehr hohe Bäume in der Nähe von Brandlaraben und Neulengbach im Wiener Wald sowie in Stössing. Systematik Die Erstveröffentlichung erfolgte 1753 unter dem Namen Krategus turminalis durch den schwedischen Naturforscher Karl von Linne in seinem Werk Species Plantarum Die Neukombination zu Sorbus Turminalis Kranz wurde 1763 durch den deutschen Botaniker Heinrich Johann Nepomuk von Kranz veröffentlicht. Das ATPT-Tonturminalis bedeutet Leibschmerzen lindernd. Weitere Synonyme für Sorbus Turminalis Kranz ist Die Elsbeere hat im Laufe der Jahrhunderte viele Namen erhalten, wie beispielsweise den Namen Ruhrbirne, da die Früchte ein bekanntes Mittel gegen die Ruhr waren. Weiterhin werden oder wurden auch die Trivialnamen Alsbeere, Adlitzbeere, Atlasbaum, Atlasbeere, Arisbeere, Allesbeere, Darmbere, E.L.S. Vogelbeere, Elzbeere, Frauenbeere, Krauseelse, Sauerbeer, Schöneelse, Schweizer Birnbaum und Wilder Sperber verwendet. Verwendung Das Holz der Elzbeere ist eines der härtesten europäischen Hölzer. Es ist zerstreutporig, der Kern wird normalerweise nicht farblich abgesetzt. Es arbeitet und wirft sich beim Trocknen sehr, ist zäh und gleichzeitig elastisch. Wegen seiner Ähnlichkeit zur Birne wird Elzbeere zusammen mit anderen Sorbusarten unter der Handelsbezeichnung Schweizer Birnbaum verkauft. Schweizer Birnbaum wurde von vielen Herstellern für die Herstellung hochwertiger Hölzerner Rechenschieber verwendet. Das Holz erzielt sehr hohe Preise, ist im frischen Zustand hell mit samtiger Oberfläche und dunkelt rötlich nach. Das Furnier wird für die Möbelschreinerei verwendet. Das Holz findet weiterhin Anwendung im Holzblasinstrumentenbau. Die kleinen apfellartigen Früchte sind essbar, jedoch hat stringierend. Erst wenn sie überreif oder gekocht sind, ist das Tannin abgebaut. Überreife Früchte sind bei Vögeln sehr beliebt. Deshalb ist es wichtig, die Früchte rechtzeitig zu ernten. Dies muss von Hand erfolgen. Die Früchte sind nicht schüttelbar. Besonders im Elsass wird aus den Früchten der Elzbeere unter dem französischen Namen Alisier ein im Geschmack dem Schleenschnaps ähnlicher Schnaps hergestellt. In Österreich nennt er sich neben Elzbeerenbrand auch Adlitzbeeren-Schnaps. Die Ausbeute ist allerdings sehr gering. Für zwei Liter Schnaps benötigt man ein 100 Liter Maische. In Österreich wird der Elzbeerenbrand mit der Heimat in Niederösterreich auch im Register der traditionellen Lebensmittel geführt. Der Wiesenwiener Wald, eine Region im westlichen Wiener Wald, wo die Elzbeere auch zu verschiedenen Produkten wie Marmelade oder Honig verarbeitet oder beigegeben wird, wird touristisch und kulinarisch unter der Marke Wiesenwiener Wald Elzbeere vermarktet. Die Elzbeere hat durch die rote Herbstfarbung einen hohen Zierwert. Sonstiges Theologen des kirchlichen Forschungsheims in der Lutherstadt Wittenberg hörten 1999 als ihren Beitrag zum damaligen Lutherinjahr die Elzbeere zum Lutherinbaum. Sie hatten herausgefunden, dass Frau Luther besonders gern Elzbeerenass und Luther in einem Brief seinen Freund Johannes Agricola darum gebeten hatte, ihm für seine Frau die von ihr heiß begehrten Früchte aus Eisleben mitzubringen. Als Pader zur berühmten Lutherreiche in Wittenberg pflanzten sie vor ihrem Institut eine Elzbeere als Lutherinbaum und machten unter anderem mit einem zweisprachigen Schild darauf aufmerksam. Dem Beispiel folgend pflanzte 2001 auch die Umweltgruppe der evangelischen Kirchengemeinde Unnalünern zu ihrer Lutherreiche einen Lutherinbaum. Am 19. März 2011 pflanzte der Verein Trinkwasserwalt E.V. in Kooperation mit der Deutschen Bank bei Itstein-Eschenhahn im Taunus einen Tropfen aus 300 Elzbeeren. Mit der Aktion sollte auf den Weltwassertag am 22. März aufmerksam gemacht werden. Bilder Baum des Jahres In Deutschland war die Elzbeere für das Jahr 2011 und in Österreich für 2012 zum Baum des Jahres gewählt worden. Wir nächsten Mal